Wir haben also die Ränge infiltriert. Redback der Feiglingen-Duell. Auftrag abgeschlossen. Der Häuptling. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Wir müssen vier Häuptlinge töten. Na, großartig. Warte mal, wo ist denn... Da ist doch... Da muss doch noch einer sein. Da wo... Ist das diese scheiße Mücke, die mich gerade gestochen hat? Jetzt piekt es gerade an meinem Bein. Was haben wir denn da? Aufsammeln. Genau das habe ich gesucht. Gunst der hohen Dame. Stell bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung 21% Gesundheit wieder her. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. So, das ist Saurons Armee. Das sind die Hauptlinge. Wir decken nach und nach ein bisschen was auf. Und ein paar Plätze sind wieder zu vergeben. Und jetzt können wir mal gucken, haben wir denn hier noch irgendeine Verbindung? Hier haben wir eine Verbindung. Die beiden haben eine Verbindung. Unbekannter Hauptmann. Und Zunde Richter hat noch eine Verbindung da hinten zu ihm hier. Und der hat eine Verbindung auch zu Shaka, der wiederum eine Verbindung zu Ishka hat. Der mickrige. Macht 8, Macht 11. Was ist hier? Macht 6, Macht 3. Grischa Baumfeller. Flak der Unfangbare. Ach, der war das. Ja, ja, das war einer der Leitgarde. Den können wir uns eigentlich mal holen. Weil wir da noch eine Rache offen haben. Den nehme ich mal als Ziel einfach. Weil das einfach nur irgend so ein Hempel ist. So, achso. Ach, unsere Elbengeschosse sind aufgefüllt und ich grabbele hier die ganze Zeit durch die Gegend. Wer haben wir denn da hinten? Er sei verflucht. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser wappnen. Ja, dann wappne dich mal. Ich glaube, der hat sich gerade ein bisschen gewappnet. Die Bestie, die du jagst, ist in der Nähe. Huch, nein. Halt. Ich will wieder. Wo ist denn die Bestie, die ich jage in der Nähe? Wo sind wir? Wir sind, wo sind, wir sind, okay. Hier ist jetzt der Häuptling. Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Gibt 70 Macht. Hier haben wir noch 40 Macht. Mische dich in das Duell ein. Das können wir natürlich gerne machen. Flack, der Unfangbare, befindet sich hier. Wo sind wir nochmal? Hallo, ich sehe uns überhaupt nicht gerade. Hallo? Ach da, okay. Die Bestie, die wir jagen, ist in der Nähe. Ich sehe gerade aber nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Spinne erkennen soll. Sind das diese kleinen Spinnen, die immer so rumtingeln? Sind das keine richtigen Gegner, sondern einfach nur so blim, blim, blim Gegner? Ist hier zufällig noch irgendwo... Vorhin habe ich einen Sklaven gesehen, der zwei volle Fässer auf seinen Schultern trug. Ich dachte, ich lasse ihn noch einen Tag länger leben. Aber dann fand ich heraus, dass die Fässer leer waren. Ach schön. Ich mag die Gespräche irgendwie. Die haben schon Charisma. Finde das und mein Leben, die bänden dich zu tun. Ein paar hübsche Überraschungen. So, ich düse mal eben unseren Freund besuchen. Und dann sollten wir vielleicht ein paar rote Aufgaben machen, um Macht zu sammeln. Das ist gar keine so schlechte Idee, wie mir scheint. Aber an den einen Typen will ich aus Prinzip noch Rache üben. Einfach nur, weil wir es können. So, Gesundheit... Ich habe den Hauptmann gefragt, ob man diese seltsame Laute auch hört. Und er hat sich nur angeschrien, dass er meine Zunge rausschneiden würde. Er muss echt nicht Angst haben. So, Duell. So viel Tod ist einfach köstlich. Weißt du was? Zunderichter gegen Thrak der Haken. Uruks bekämpfen einander. Ups, auf den Tod, um ihren Mut unter Beweis zu stellen. Das wussten wir ja schon. Mische dich in das Duell ein. Ist doch egal, wer gewinnt. Wir mischen uns einfach ein, damit ein Hauptmann stirbt. Ich hoffe nur, dass es dann am Ende nicht wieder vier Hauptmann sind. Du weißt, dass du hier sterben wirst, oder? Was? Ich höre dich nicht. Hey, lauter Schwächling! Das ist so ein bisschen Streetfighter. Mir ist es persönlich egal, wer gewinnt. Ah, das gibt's auch nicht. So, das war er. Der Haken ist tot. Duell gelöst. Das ging, das geht immer relativ einfach eigentlich. Getötet war erfolgreich. Macht angestiegen. Wurde befördert zum legendären Hauptmann. Ah. Das sind also die Verbindungen zwischen denen. Okay. Und er dient jetzt ihm da. Der hat die beiden als Leibwache. Das heißt, wir könnten die beiden einnehmen. Und könnten... Können wir die überhaupt einnehmen? Wir können die noch gar nicht einnehmen. Ich glaube, wir können die erst später einnehmen. Scheiße. Was hältst du von unserem neuen Anführungs? Das heißt, wir wollen da unten mal ganz kurz drauf. Eigentlich will ich nur das da. Du glaubst, du kannst mich fangen, was? Ha! So, das haben wir. Flack der Unfangenbare, dazu passt der Spruch gerade super. So, wir sind jetzt da drüben. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mal so weit entfernt von dem Herrn. Wir können zwar hier unten die Gegenstände aufsammeln oder hier oben. Da ist Zung der Richter, die können wir besiegen. Aber wir befinden uns hier gerade mit in der Garnison, was vielleicht keine so gute Idee ist. Wir sollten nicht noch mehr unter dir die Zeit verschenken. So, oh, ich laufe, glaube ich, laufe ich in die falsche Richtung? Ich weiß es gar nicht so genau. Das ist unser Gegner, ne, da hinten. Den ich einfach nur aus Prinzip mal umlatzen will. Ein benötigtes Kraut ist noch nie, juhu. Und nicht nur ein Kraut. Komm schon. Gib mir deine Information. Kann er auch über Hauptmänner was ausspucken? Wie zum Beispiel über den da. Skunderbettler. Altgedienter Häuptling, Macht 13. Versucht herauszufinden, ob ein anderer Häuptling mehr Anhänger hat als er. Hat zwei Leibwächter. Brille vielmein. Oh. Skunderbettler. Na, großartig. Das hat mir gerade noch gefehlt. Scheiße. Oh, komm schon. Nein, nicht das Gesicht. Ich bin zärtlich. Lass mich in Ruhe. Ah, großartig. Das war ja super. Es geht eine Runde weiter. Immer wenn wir sterben, geht es hier eine Runde weiter. Schacker der Beißer. Gamm, der Folterer. Der wurde befördert? Der Feigling wurde befördert? Flak wurde befördert? Boah, das gibt es doch gar nicht. Unbekannter Uruk wurde befördert. Ah, das gibt es doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Der Feigling. Gamm, der Folterer, ist zweimal schon aus dem Kampf geflüchtet. Und der wird befördert? Ich glaube, es hackt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erwarmungslos vorgehen wie er. Ich brauche endlich Fleisch. Wir haben ja noch ein Hühnchen offen. Äh, zu rupfen. Ein Hühnchen offen. Wir haben ja noch ein Hühnchen offen. Wir haben uns. Haltet diesen Grab vor mir. Abschauen. Wir haben uns. Wenn wir den Schreck umleben. Mardin. Tag tot. Urug genau gesehen. Urug versteht nicht. Du musst nichts verstehen. Du musst sterben, mein Freund. Urug. Schleicht da jemand umher. Mal raus. Scheine. Keine Smeda kommt zurück, Herr Su. Wir sind jetzt wieder. Au, scheiße. Boah. 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 Sicher falsch Alarm. Sicher falsch Alarm. Wenn da etwas war. Sicher falsch Alarm. Sicher falsch Alarm. Justi. Der Feigläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. Ich bin nicht hier. Oh, ich bin doch hier. Alter. Nein, ich will ausweichen. Ich komme hier nicht mehr weg. Verdammt, Dax. Der super Weitläufer, der die kleine Mauer nicht mehr hochkommt. Es ist vielleicht doof, gegen eine ganze Festung zu kämpfen. Alter. Ja, wenn du das sagst. Feiglingelnder. 50 Mann gegen einen kleinen Waldi. Ich glaube, es hackt. Scheiße. War eine gute Idee. Ich wusste nicht... Aber die verbergen sich scheinbar immer in Festungen. Der Hauptmann sah aus, als wäre er kurz bevor, sein Leben zu betteln. Alter, die haben wir nicht mehr auf den Lassen. Oh, schau. Nein, doch hör doch auf. Und ich dachte, du wärst schon tot und begraben. Das ist doch wohl ein Schwo. Das ist doch ein Hohn. Jetzt sind alle wieder hinter mir her. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, da hat sich jemand bewegt. Oh. Mei schinde bei Glüpfer! Stab dich! Gehen Sie, du bist! Boah, diese Ätzenden. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das da ist er nicht. Er ist wieder weg. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Hä, wo kommt der jetzt wieder her? Und der Typ, den wir da gerade, der ist einfach wieder weg. Das darf nicht wahr sein. Scheiße. Ich wollte mal gucken, ob das vielleicht so eine kleine Spinne ist. Du bist immer so schreckhaft. Flack der Unfangenware. Jetzt weiß er auch, warum er so heiß ist. Weil er weg, weil er abhaut. Sie haben sich in Duotan ganz schön gut angerichtet. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlager geschützt sind. Die einzigen, die unsere Waffen vorrechnen. Immerhin hat er kein Schild mehr. Und schon kommen von überwähle die gelben Pfeile an. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine völlig sinnlose Rache-Mission hier gerade. Wir müssen uns aufhören. Kino! 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 Lass ihn! Kino! Kino! Nein! Ich wollte gerade ein Blümchen pflücken! Das gibt's doch nicht, ey! Das gibt's doch einfach nicht! Es ist einfach unfassbar! Es sind einfach immer viel zu viele! Das darf doch nicht wahr sein! Und er ist wieder geheilt! Der heilt sich einfach wieder komplett hoch! Ach, nö! Das gibt's doch nicht! Das gibt's! Ah! Drei Spinnen getötet! Ich hab keine Ahnung wie, aber... Schade, dass wir hier keine Spinnen mehr in der Nähe haben! Oh! Das Ding ist tot! Das ist ja nicht so gut! So! Scheiß drauf! Weißt du was? Ich mach jetzt was anderes! Das ist so blöd, eine ganze Bastion einzunehmen! Bei den Randschleichen geht der auch nicht! Weil sobald wir den angreifen, kommen sofort alle! Ja! Ja, ja! Ist ja gut! Sag seinem Kumpel, dass du mich gefunden hast! Ihr solltet euch von mir fernhalten! Warum? Was ist mit dir? Er hat nur zu unterreden... Bedeutung! Bedeutung! Das ist alles! Das geht uns allen so! Also beruhig dich und sparst dir für deine Feinde auf! Ich dachte, ich hätte ihn dort gesehen! Tötet den Mann! Es muss doch möglich sein! Verdammte Angst! Diesen elenden Stricher hier! Von seinem nutzlosen Leben zu befreien! Holt euch allen Kopf! Au, was? Niemals! Hörst du denn nie zu? Ich töte dich! Reiß ihn zurück! Das gibt's doch nicht. Warum springt ihr den denn dauernd an? Und wieso hielt er sich die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Und der nächste Dicke. Das gibt's doch nicht. Warum kommen denn immer mehr Dicke da rein? Das ist doch nicht wahr. Entweder muss ich noch sehr viel leveln oder ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Wahrscheinlich sollte ich nicht an die Festung laufen, aber das Problem ist einfach, wieso hielt der immer hoch? Das verstehe ich halt nicht. Ich würde die locker klein kriegen, wenn die nicht dauernd... Ja, natürlich. Das ist natürlich auch noch. Keine Frage. Das gibt's nicht. Näh. Näh. Ihr könnt mich alle mal so fett am Arsch lecken. Das gibt's überhaupt nicht. So einen fetten Arsch kann ich mir gar nicht anfressen, wie ihr mich da fett lecken könnt. Boah, die geht's ja auch nirgends weg. So, ich scheiß jetzt auf die. Ist mir ganz egal. Das gibt's gar nicht. Ich wollte doch nur einmal Rache üben vor... Bei einem Typen, der mir wieder mal mit so einem letzten Schlag einfach nur einen mitgegeben hat und dafür Hauptmann geworden ist. Und schon hat er eine fette Garnison um sich rum und wir kommen überhaupt nicht mehr an den ran. Und selbst wenn wir an den rankommen, dann kommt direkt noch so ein zweiter fetter Moppel. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Frust. Ach, das ist eine Kacke hier. So, jetzt hol ich mir die Scheiße da wenigstens. Dann leveln wir nach und nach. Und dann reißen wir den allen nach und nach den Arsch auf. Komm ich da durch?